CDU und FDP, Grüne, Linke, SPD und so manche Kleinpartei sind bei dieser Wahl dabei. Wählen tut das Bundesland, hoffentlich mit viel Verstand. Was bei uns im Land passiert, wer im Landtag uns regiert. Alle Leute groß und klein finden sich am Sonntag ein. Ja, genau so soll es sein, gehen ins Wahllokal hinein. Sonntag gehen wir zur Wahl, denn es ist uns nicht egal, was bei uns im Land passiert, wer im Landtag uns regiert. Wir Niedersachsen wollen am Sonntag wählen gehen. 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 Wer Niedersachsen wollen am Sonntag wählen gehen. Wir Niedersachsen wollen am Sonntag wählen gehen. Wir Niedersachsen wollen am Sonntag wählen gehen.